So, ich hab bis jetzt nur einmal gegen KI gespielt. Und wenn ich die zumindest auf schwer schaffe, geschweige denn extrem, werde ich mich nicht im Rank-Modus begeben. Aber ich glaub, die Teutonen dürften so mein Volk sein, weil ich dazu neige, sehr defensiv zu spielen, wie man auch gerade bei Supreme Commander gesehen hat. Und ich find die Teutonen... Ich mag den Teutonic Knight nicht so gerne, aber Türme mit zweifacher Kapazität, Murder Holds, Herbie Madison, Flau, Town Center und hier, das ist eigentlich perfekt. Plus halt, Connellations ist einfach eine der besten Unique Tags, meiner Meinung nach, und Conversion Resistance. Also, let's go. Gegen Sarah Zähnen. So, das hab ich jetzt schon falsch gemacht. Man cuht erst den Villager. So, ihn machen wir mal auf die Eins. Da ist unser erstes Wildschwein. Hier zuerst den Villager. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier nicht so viel verabschiede. Ah, da sind noch mal zwei Schweine. So, wir müssten wissen, wo mein Gegner ist. So, wir müssen noch mal zwei Schweine. So, da ist jetzt das zweite Wildschwein. So, und danach möchte ich Loom haben. Ja, super. Dankeschön. Da kommt doch Freude auf. Und wir sind haust. Wo sind meine Bären? Da sind meine Bären. Ja, das ist soll. Ja. 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 Jägere. Ja. Ja. Räte. Jägere. Ja. 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 Jägere. Jägere. Räte. Ja. 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 Mühle. Ja. 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 Bären. Ja. 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 Räte. Komm in. Ja. Ja. Also ah. mit neuen hin, weil sie ja die günstigeren Farmen haben. Jaaa, boo, weh, weh. So, da ist ein Relic Hier ist eins, hier ist eins So, mein Farmplacement ist, glaube ich, auch Cancer So, ja Super, jetzt bin ich noch ein Schaf So Fünf, meine Arms Ja Ja Zerstöme Sasser Pace Streete Ja Pace Streete Räte Ja Das ist soll Das war Das ist soll Ja Hau Wach Bereite Das ist soll So Line of sight So Und ein paar Spirnen So Hier ist Gold Wo hat er seine Visager Hier ist eine Woodline Bereite Ja Ja Buh 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 Zerstöme Buh Buh Al O Buh Ber Ja, zwei Villager. Ja, zwei Villager. Ja, zwei Villager. Ja, zwei Villager. Ja, das ist er nämlich in der Ritterzeit. Ja, was er an Einheiten raus spammen kann. Ja, zwei Villager. Ja, zwei Villager. Ja, zwei Villager. Ja, zwei Villager. Ihr sollt angreiblich weglaufen. Nee, das probieren wir mal von vorne. So, wenn du wieder alles so ist wie vorhin, dann sind hier drüben irgendwo meine Schafe. Ich weiß, wo mein Gegner ist. Ja, das ist toll. 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 Was machst du denn? Ja. 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 War auch vorhin total clever von mir den Turm darzubauen. Weil gut, sie sind rumgelaufen. Ja. 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 Ja, wir werden gleich umhaust. Ja, wir werden gleich umhaust. Ja, wir werden gleich umhausten, die ja den Neue verdienten. Das ist toll. Ja. Ja. Und wie ist das wirklich? Ja. Ja. gleich mal hier ein bisschen ein paar Mauern hinzubauen. Komm, es hilft nicht. Ja, das war ... Räte, dass ich soll ... Ja, das war ... Scheiße ... Ja, das war ... Naja, nicht drunter, aber ... Passt. Ja, das war ... Ja ... Böbere ... Böbere ... Ja ... Jäger ... Böbere ... Sch ... Heise ... Böböbere ... Ja ... Böbere ... Böbere ... Böbere ... Sch ... Böbete ... Böbere ... Böbere ... Böbere ... Böbere ... So, es ist noch überfällig, dass ich aufsteige. Hey, Sir. Böver. 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 Bö-böver. Ja? Böver. Hey ja. Ja? Bouverer? Bereite? Ja? Heise? Bereite! Bereite! Buhwere! Hey Sir, des war das is soll! Buhwere! Ja, bereite! Buhwere! 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 Ja? Buhwere! Ja? B-Boover Hova? Ja? Sch! B-Boover B-Boover Ja? Berete 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 B-Boover Berete Berete J-Boover B-Boover Gebäude Ja? Pol yan Wo sie?? Habe ich nicht vorhin ne... dass ich soll ich hatte doch wohl eine kaserne gewörtelte nicht wow der legt es jetzt aber drauf an hey holzer ja ja lol Natürlich hat er da eine Lücke gelassen. Hey, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich hab Double-Bit-Ex auch nicht erforscht. Oh, jetzt hat er auch noch Armbrustschützen, natürlich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein, keine Cavalry Archers. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die Hure, die Hure! So, pass auf, Game, Aggressive Human Stands als Default und dann restarten wir nochmal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Natürlich, Dankeschön. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Bereite. Bereite. Heia. Bouver. Bouver. Bereite. Holzer. Heia. Bouver. Holzer. Bouver. Bouver. Bereite. Reise. Holzer. Heia. Bouver. Bouver. Güchen. Ja. Jägeren. Bereite. Geht! Geht! Käse? Geht! Geht! So, wir brauchen sowieso die Kaserne für den... So, jetzt bitte... Ich würd' gut zu gern den Scout loswerden. Hey, Sir. Rete. 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 Bereit! Ouvert! Ja? 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 Vision haben. Beziem environment inéis.. SDN Ja? 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 Shhh! U-ver! 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 Bereite! U-ver! Reise? U-ver! Bereite! Ja? Das ich soll! Heia? U-ver! Archer, Scamish, Longwoods, aber Scamishers kriegen keine Upgrade, keine Range Upgrades, ne? Hey, Sir? Zählen Scamishers als Infantry? Zählen Sie davon Upgrades. Heise? Dass ich soll! Ja? U-ver! W-ver! Steht! Bereite! Holze 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 Ja Ja Das wird wahrscheinlich der letzte Stream des Jahres Beziehungsweise vielleicht zwischen den Jahren noch, aber das ist auch nicht garantiert Super Super, jetzt wo ich Skirmisher habe Versucht die KI keinen Rush Ist klar Warum ich weiß zufälligerweise aus dem Interview mit einem Dev Dass die KI nicht weiß, was für Einheiten du hast laut Also normalerweise Sie weiß wie viele Einheiten du hast, aber sie weiß nicht welche Kommt Leute, ihr kontert die Wie wärs, wenn ihr mal angreift? Ja 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 Jetzt hatte ich sogar schon die Counter-Units. Er kann einfach immer mehr fluchen. Natürlich ist das zu weit weg. Super, KI sind da im Castle Age. Bitte? Das ist so. Ja? Över! Kabur! Hey, Sir. Ja? 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 So, ein paar Nights. So, ein paar Nights. Oh, Schäden auf Supreme Commander, Moment. Ähm, welches davon ist ein Definitive Edition? So, ein paar Nights. Warum ich will gleich Imperial Age haben. So, ein paar Nights. So, ein paar Nights. Mordern am Supreme Commander, man ist nicht ständig am Einheitenlimit. So, hat er sich das Relic gekrallt? Kommt mir das nur so froh, dass die Vision im Multiplayer weniger als sonst. Ich glaub, das Relic hat er. Hier ist eins. Ja, ja, Rätel. Ja, heiße? Buhwäre, Buhwäre, Buhwäre. So, Ballistics. Und dann will ich als nächstes, sobald es geht, Cranelations haben. So, Cavalier. Was man ruhig für 600 Nahrung ruhig für Cranelations. Das war's. Hey, y'all. Great turn. Paisen? Ja. Paisen? Lasst, ich soll. Paisen? Ichרבig. Paisen? Paisen? Das ist so. Das ist so. Ja, bis ich einer meiner... ...hat mal hier meine, äh... ...will er sich meinen Stein krallen? Da hab ich aber was gegen. Ganz ehrlich, Rang 1000 ist im Moment, äh, in... ...fach auch weit entfernt bei mir. Wow. Ähm, so viel zum Thema aggressive Haltung. Oh! Das ist so irritierend, wenn der eigene Mönch solche Geräusche macht. Ich hätte auch mal einen zweiten Stall bauen sollen. Ja, das war es. Oh, 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 oh. Ich bin gerade bei Drang 300 oder so. Also wenn das mal keine Abwärtsspirale ist hier. Ich bin gerade bei Drang 300 oder so. Ich bin gerade bei Drang 300 oder so. Ich bin gerade bei Drang 300 oder so.